Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einmal ein Lächeln für die Kameraleute Und da ist Marvin Celestus Nein, doch, lass doch Sad life Hallo Gut Schönes Ding, das ist ein schönes Song Ja, film ich schon die ganze Zeit Ich habe einen Dokumentarfilm über Celest Es geht genau durchs Bild Nein, ich habe auch andere gefilmt Schnell 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das cool wird. Mach das mal jetzt. Jetzt. Achtung. Jetzt. Achtung. Jetzt. Jetzt, Achtung, jetzt, Achtung, jetzt, Achtung, jetzt, Achtung, jetzt, Achtung, jetzt. Nicht ins Bild laufen, scheiße, Abbruch. Das sieht auch gruseliger aus. Jetzt. Okay, und Action. Mach mal weiter, damit ich üben kann. Also da sagst du, oh mein Gott. Ich muss die Polizei rufen. Ja, warte mal, ich muss irgendwie weg. Die Leiche nicht da scheiße. Äh, wie sieht das von hier aus? Ja, das sieht besser aus. Und leg mal los. Ja, da hättest du sofort hingehen müssen. Nochmal. Und Action. Oh mein Gott. Das ist viel zu schnell. Und Action. Und Action. Ja, Polizei, kommen Sie bitte schnell. Ich bin nicht umgestellten. Oder es wird so schnell gehen. Bitte. Und. 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 Den ist ausm Bild. In den Qu-iñ zurück. Ok. Meine Damen und Herren, heute wollen wir euch den Horrortrailer Horror im Karton vorstellen. Nein, das ist jetzt wirklich ein sehr schlechter Witz, auf jeden Fall. Boah, schreien kannst du? Ja. War das gut? Wenn du wüssten musst, hast du Pech gehabt. Nicht bewegen. Drücken, drücken. Loslassen, nicht mehr drücken. Ruhe. Ruhe am Set. Und Action. Ne, warte mal, komm mal ein bisschen weiter von da hinten. So, 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 so. Da ist gut. Und jetzt. Und Action. Lin, Lin, verlass mich nicht. Er hat das getan. Lin. Weiter. Lin, nicht. Lin, wach auf. Lin, verlass mich nicht. Du musst durchgehen. Lin, lass mich nicht allein. Lin, lass mich nicht allein. Lin, lass mich nicht allein. Komm wieder. Komm, Lin. Jetzt. Ich bin wieder da. Ich weiß, ich kann mich an ein Mädchen erinnern. Aber mehr weiß ich auch nicht. Kommt keiner? Schön gruselig. Walking Dead mäßig. Nee, wie heißt der? Zombie mäßig. Ja, genau so. Und jetzt, genau, weglaufen. So, dann müssen wir eben warten, bis die Maschine sich wieder... Ja, genau so. Uh, sehr gut. Und nach links oder rechts zum Bild raus. Ist da noch einer? Noch zwei. Wins. Dann, the next one. Und dann, the next monster. Cool. Ja, und aus dem Bild. Okay, und der letzte? Ja, da kommt was. Okay. Und alle mal schnell wieder in den Raum rein. An die Hand nehmen und gleichzeitig rauskommen. Ja. So, habt ihr euch an der Hand? Ja. Drei. Drei. Weg, raus aus dem Bild. Drei, zwei, eins, jetzt. Und ich will hier Walking Dead sehen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Da kommt sie an, die große Familie. Und löst euch auf. Löst euch nach links und rechts auf. Genau so. Genau so. Wow. Jetzt kommt das Telefon. Schrank bitte zu. 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 Ja. Und jetzt Schrank öffnen und mit dem Kopf raus gucken. Schnell. Jetzt. Genau. Kannst auch ruhig rauskommen. Das ist gut. Geh mal zu dem Schachspiel. Ja, das war der falsche Weg. Aber. Ja, eine kurze. Da kann ich dich nicht anfangen. Aber ist egal. Alles gut. Machen wir gleich nochmal. Du machst ihn jetzt bitte auf. Und jetzt. gut. Komm raus. Lauf so wie du gerade gelaufen hast. So eierig. Geistermäßig. Ja, so. Totenmäßig. Genau so. Jetzt machst du das Schachspiel kaputt. Warte, warte, warte. Ja, sehr gut. Und jetzt wieder zurück in deinen Schrank. Eiern. Eiern. Geh wieder in deinen Schrank. So schön. Guckst du noch einmal. Und Tür zu. So. Aufpassen. Warte. Noch nicht. Jetzt. Langsam kommen. Seid ihr mal etwas leiser bitte. So, jetzt guck in die Kamera. Und geh wieder weg. Ja, das ist beim Dreh leider so. So. Ähm. Ich laufe jetzt hinter Jana durch. Du drehst jetzt das Licht, wenn ich sage, runter. Und dann spielt ihr dort irgendetwas, als wenn ihr gelangweilt irgendetwas tut. Ja, lass mal so das Licht. Ja, du guckst ein bisschen. Du guckst hörbar das voll. Lass mal das Licht. Das mit dem Gegenlicht sieht sogar ganz nett aus. Macht mal irgendwas. Soll ich gleich so? Du kannst computern. Ja, oder so. Ja, ja, genau. Ach, das wollte es ja sowieso. Ja. Für den Tisch gilt Action ab jetzt. Nicht in die Kamera gucken. So, jetzt komme ich hinten zu der, äh, zu, äh, dem Sessel. Denk dran. Pass auf. Pass mal ruhig. Ich stehe im Licht. Jetzt. So bleiben. Ja, ich sage dir Bescheid. Warte. Ah, warte mal. Ich kann nicht alles gleichzeitig. So. Jetzt. Ja. 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 Nein, nein. Nicht zu ihm. Den nehmen wir gleich. So, jetzt hier. Erstmal hier unten da. Genau. Warte, ich muss das finden. So, Achtung aufpassen, Leute. So, jetzt guck mich an. Und wieder weg. So. Tomke, ich komme jetzt gleich zu dir. Mach dich bereit. Du gibst dir gleich das Herz. Noch nicht. Jetzt. Langsam rauskommen. Guck zu, äh, ja, da rüber. Quatsch. Ja, da hinten hin. Gib dir das Herz. Tee ohne Namen. Ehrlich. Kurz, kurz durch die Kamera durch. Zur anderen Seite gucken. Und weiter durch. Sehr schön. Jetzt komme ich zu euch. Du kannst schon mal ein bisschen so drauf rumhacken. Okay. Jetzt gehst du mit dem Ball rüber. Und mach es bei Hennes weiter. Warte, du bist noch im Bild. Ja, sehr schön. Hau drauf. Auf jeden Fall, ne? Nein, nein, auf das unten. Da hinten in den leeren Raum rein. Genau. Hennes, wie liegst du denn da? Du grinst sicher, Alter. Und mit dem Bein abgehackt. Ich will, wenn ich sage, ziehst du einfach die Hand weg. Jetzt. Mal. Und jetzt noch mal zu der anderen Seite. Den anderen Arm auch abhacken. Okay. Und jetzt. Einmal rein. Jetzt guckst du noch einmal in die Kamera. Und gehst raus aus dem Bild. Langsam rausgehen. Weitergehen. Okay. Das war der erste Teil der Szene. Und von dir brauche ich jetzt. Weil ich weiß, dass du das kannst. Stell dich in die Mitte. So. Ja, genau. Und von dir brauche ich jetzt. diesen berühmten Angstschrei. Wir haben sie gerade die Hände abgehackt. Das tut mächtig weh. Also richtig laut schreien. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Wunderbar. Die Schrankschübe. Bewegt die sich einfach? Nein. Anika. Ah. Weiter zurück aus dem ... Ja, da ist es sehr gut. Und komm ruhig. Ja. Achtung. Ruhe am Set. Ne, nochmal zurück. Und Action. sehr gut. Oma, hast du raus, die hier? Ja, bitte. Wir kommen gleich einen Patienten eingeliefert. Den legt ihr bitte im Raum 2. Film du, du aus anderer Ecke. So bin ich hier oder auf anderem? Ne, du bist im Gegenlicht. Kann ich nicht sehen. Ruhe am Set, nein, 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 Ruhe am Set und Action. Thomas, warum macht die hier nicht? Ja, bitte. Ruhe am Set und Action. Thomas? Nein, 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 Action. Thomas? Nein, Entschuldigung, Entschuldigung, habe ich nicht gut gesagt. Und Action. Und nochmal von vorne und Action. Action und noch einen Moment warten, Action. Bitte? Ne, ist noch zu früh. Wenn du da bist, vorher nicht. Und Action. Action. Geh in Position. Und Action. Und Action. Thomas, kommst du bitte? Ja, was ist? Wir kommen gleich mit einem Paket hinterher, den legt er damit, der kommt. Okay. Hey, Ruhe. Nachdem du schon fünf Leute getötet hast, kommst du ja eh nicht mehr raus. Ist das besser abfassender, was ist denn noch mal? Weil es nicht gut war. Und was ist denn schlecht? Deni, nein. Hä, warum war das denn? Ich will, dass sie mehr, ich will, dass sie mehr Angst hat, mehr zickt. So, ihr könnt euch an die Hände nehmen. Dann könnt ihr euch nämlich, hört mir zu, dann könnt ihr euch nämlich per Hand ein Signal geben, wann ihr euch umdreht. Jetzt ist es wichtig, dass ihr euch beide gleichzeitig brechen. Ja, aber ich hatte noch einen Spaß. Ruhe am Set und am Pfad. Ruhe. Und Action. Komm, lass mal hoch, dass du eine gute Stimme noch so drauf hast, ey. Komm, wir haben so einen Knie verredet. Ja, so ist es besser. Wenn ich hinten stehe, ich glaube euch ein Auge zu. Und schön in der Mitte. Ernst, lachst du? Ja. Komm. Das ist aber keine gute Position zum Tod sein. Nein! Das ist aber so wichtig. Nein! So, wie geht's? Nein! Was heißt? Zot! 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 War das jetzt besser? Nein! Bist du! Zot! Nein! Zot! 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 Wo ist das Mottox? Wo ist das Mottox? Das ist unverschämt. Paparazzi! Keine Presse bitte, ich bin privat hier. Akzeptiert bitte mein Privatsch. Wie es am Ende aussieht. Das ist doch Wachs, oder? Wir wollen heute auch hier mal zu früh abbauen. Immerhin auch nicht schön! Und das enthalten. Richtiges Paket! Alter! Leni, das ist in der Aufnahme. Scheiße! Komm, jetzt einmal Smalltalk! So sieht dann das Anschauen aus. Ja! Sieht so toll aus. Wenn ich könnte, würde ich kommen nicht gleich anwenden. Aber... Wie doll ist die Bilder, Mann? Deswegen kannst du dir eigentlich gar nicht mehr wissen. Nee! Wahrscheinlich schon. Ich fühle mich halt leider. Es sah grad mega aus, als hättest du mega Wimpern-Tusche drauf. Könntest du mir große Schwester anwenden? Nein! Filmst du immer noch? Machst du meinen Aufs? Den Zylinderbruch. Das ist schön. Das, was wir jetzt drehen heute, ist die letzte Szene. Weil Jana gleich weg muss. Und das ist die letzte Szene. Und Jana kommt die Treppe runter, läuft und sucht sich ein Versteck. Die letzte Szene. Das ist die letzte Szene. Das ist die letzte Szene. Ich hab hören. In Jungs sagt überhaupt nicht. Das wäre wie ein Wild. Das ist ein Vortrag. Das ist die letzte Szene. Das ist die letzte Szene. Das ist die letzte Szene. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.